Kochen muss weitergehen. Also, das ist mein erstes Essen nach dem Fasten. Ich glaube, jetzt machen wir uns das Eingemachte. Jungs, Schmerz, es steht Zeit. So, als erstes trennen wir... Ah, wir brauchen ein Löffel. Wir brauchen natürlich ein Löffel. Genau. Wir trennen das Thunfisch von der Dose. Ich weiß, jetzt kommen Naturwissenschaftler und werden sagen, ja, okay, aber Thunfisch, Dose, Aluminium. Du hast recht, trotzdem hast du gestern ein Cheeseburger gegessen, ja? Ja, der Stream ist echt, Mann. Wir haben 29,4000 Likes gerade. Ich küsse eure Herzen. Sehr stark, Bro. Sehr, sehr stark. Heute wird gekocht auf Thunfisch, Thunfisch, man. Leute wollten sehen, was ich so esse. Heute ist Notsituation. Ich wollte den Kühlschrank die Sachen nicht lassen, weil ich morgen einen anderen Drip schon genommen habe. Und danach, glaube ich, kaufe ich mir ein Schiff. Ich kaufe mir ein drippiges Boot. Und werde dann, werde dann echter Pirat. Ich werde echter Pirat. Könnt ihr, ich meine, könnt ihr euch das glauben, Dicke? Ich werde einfach ein echter Pirat. Genau. Hier ist Thunfisch drin. In einer Dose. Nichts übrig lassen. Zwischendurch. Wow. Jetzt brauchen wir Eier. Wir brauchen ein bisschen Eier. Für den nötigen Eiweißgehalt. Verstehst du? Sehr, sehr wichtig, Bro. Sehr, sehr wichtig. Anstatt du, dass du so zwölfjährigen schreibst und so, Salafado. Weißt du, wie mein, Dicke? Such dir erst mal gute Eier aus guten Bauern. So. Oh, jetzt habe ich wegen dir ein Ei, was er versagt, Mann. Ganton jobberne nachher. Ja, ich weiß. Schade, Bro. Vier Stück tun wir hier rein. Und die zwei spare ich mir später für deinen Arsch. Wir wollen ja nicht, dass du alleine bleibst, ne? Jetzt hast du wieder den Boden putzen, Alter. So. So. Dein Kochort muss natürlich sauber sein, Prinzessin. Ei. Wer hat gespendet? So ist die Kick und Ei irgendeine abla? Man. Woman in the mirror. Thank you, man. Ich zeig euch jetzt, wie drippig ich sogar ohne Öl kochen kann, Mann. Und Leute sind hier zu seriös. Ich habe mir überlegt. Deswegen sollten wir das Ganze changen. Vielleicht Identitätenwechsel. Vielleicht mögt ihr mich dann mehr. Aber ich werde den Hut niemals aufgeben. Sorry, Mann. Erstmal. Why so seriös? Was ist falsch, Mann? Was ist falsch, Mann? Es ist nicht echt. Es ist alles geschmiert, Mann. Ich brauche jetzt eine andere Kopfgedeckung. Was ist falsch, Mann? Was ist falsch, Mann? Benni, Dankeschön für die Rosen, Mann. Aisha Danzer, Danzer. Aisha, Mann. Thank you, Mann. Ich küss dein Herz. Ihr mischt ein bisschen das Eisack hier. Bisschen mischen. Dankeschön für die Krone. Boah, hier ist echt heiß drin, Mann. Wenn die Eier gemischt sind, stellen wir sie zur Seite. Bisschen Salz, Pfeffer, dein Vater. Alles kommt natürlich noch rein. Aber wichtig ist eine Sache, Mann. Es ist zu heiß. Wow. Ich habe Gemüse gekocht. Sehr gutes Gemüse. Auch vom Bauer. Wir packen hier manchmal so Gemüse ab. Und dann kannst du so das fresheste Gemüse, was die heute haben, kriegen. Das ist quasi dieses Gemüse. Thank you, Mann. Danke für die Geschenke. Küss eure Herzen, Mann. Die Pfanne ist ein bisschen viel zu heiß. Das wird jetzt ein soziales Experiment, Leute. Das wird ein ganz schlimmes soziales Experiment, Mann. Okay. Geht? Geht klar? Geht klar. Doch, doch. Wir bedienen es. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Jetzt wird das Lächeln ein topfläßiger Drip. Sehr, sehr nice. Hier. Seht ihr? Baklasein, Baklasein, alles was wir wollen, ist da. Und wir brauchen noch ein bisschen Tumpfischöl. Wie ich das hier sehe. Aber vielleicht schaffen wir das auch so. Vielleicht schaffen wir das so. So auf gegart. Das ist jetzt eine Challenge, Mann. Das ist jetzt eine Challenge. Das ist jetzt eine Challenge für 7000 Leute. Ich bin nicht echt, Leute. Oh, jetzt fällt mir ein. Ich muss Dings. Fuck Getränke. Ich hab Getränke vergessen, Mann. I forgot Getränke, Mann. 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 Mann in the mirror. I forgot my Getränke. Ich habe Getränke vergessen, Mann. Jetzt muss ich Wasser trinken. Auch schön. Ah, wir haben Kokoslust. Wir haben Kokoslust. Und alle Mango. Das stimmt auch. Das stimmt auch, Herr Link. Okay. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt sieht das Ganze schon gut eingeölt aus. Ja. Ich glaube daran, dass das was Gutes hier ist. Ja. Mal. Jetzt müssen wir natürlich den Brub hier zudecken ein bisschen. Und Assalamu alaikum. Für ein paar Minuten da hinten. Dann. Geht's wieder haltbar. Um den Sack, Bro. Es geht wieder um die Eier. Oh, no. Jetzt hab ich nicht wieder dreckig gemacht. Alles wegen dir. Nur wegen dir, Mann. 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 In the mirror. Etwas ist aus meinem Hals geflogen. Arrow. Es war nur eine Walnuss. Mann. Chill. Proteine abbaubar. Alles ist gut, Mann. Also, wir brauchen jetzt Salz. Wo ist Salz? Hier. Salz. Bisschen Salz muss sein, Mann. Ohne Salz geht auch nicht. Ich mach nicht. So, wie der Kahper ist. Leicht, Bruder. Leicht. Genug. Genug, Bruder. Wir müssen uns jetzt kontrollieren. Da haben wir ein bisschen. Cafaroni, Massa Fasonica. Bisschen, Bruder. Nicht viel. So. Haben wir Black Pepper. Bisschen. Bisschen Wein drauf. Kochwein. Sehr gut. Sehr gut, Mann. Das ist was ich will, Mann. Das ist was ich will, Mann. Wow. Wow. Bellissimo. Bella Italiana. Was haben wir hier noch? Hot Pepper Sauce. Hot Chili Peppers. Erinnert ihr euch noch an den Song? Bella, Bella. Let's eat apple. Wow, wow, wow. Das wird eine heiße Angelegenheit hier. Jungs, ich glaube, ich bin kein Bowler. Mäh. Mäh. Scheiße, Alter. Wie viele Leute schauen uns überhaupt zu? 8700. Wisst ihr überhaupt, ob das mein echter Account ist? Zeus, aka Zeus, wie Zeus geschrieben wird. Der Griech ist der Zeus. Genau der bin ich jetzt. Seit gestern. Die machen das immer schlimmer, Mann. Jetzt mischen wir die Eier, wie damals Uranus-Eier abgeglüftet wurden. Als wäre ich Kronos. Als wäre ich Kronos. Kronos. Ganz schlimmer Britbro. Ganz schlimm. Kahawis, Alter. Zittern. Auf jeder Plattform. Zu krass. Aber, nice stream, Digga. Dankeschön für die Elefants. Wie viel Geld haben wir gemacht? Wow. 10.000 Diamante. Obwohl ich nicht mal gesagt habe, ich will Geld, Leute. Ich will jetzt Geld. Man in the Mirrors. Man in the Mirrors. Kauft unsere Mucke, Man. Geht auf Zeus, iTunes, kauft und hört die Mucke. Rest könnt ihr Content verwenden, machen, grippen, hyperventilieren. Macht was ihr wollt, Bro. Macht was ihr wollt, Bro. Ich gehöre euch. Ich mache die Scheiße for free, man. Ich bin immer so. Ich hatte immer so einen Up-Man. Aber der ist positiv, glaub mir. Vielleicht bist du negativ. Auf Kik reden wir dann so realer. Real, man. Real to ice to the ice, man. West Side Story mäßig. You know what I mean? California mäßig. California ice is coming from Marokko mäßig. You understand, aber they try like to lock us down. Get up, get up, get up, get up, baby. They remind me, taste it of like this. Wow. Nüsse sind auch wichtig, Jungs. Eier und Nüsse. Da ist schon ein bisschen Kuscheltiere. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Feeling pretty right now. Kann ich post it on my deleted Instagram account? Thank you, man. I don't need, I have 1000 Schatten doppelgänger, man. Jetzt ist die Zeit live, man. Oh. Jetzt ist die Hase schon hier so vorbereitet. Und jetzt ist der Moment der Momente. Wo Eiweiß auf das gute Zeug jetzt langsam drauf muss. Wir machen hier draus jetzt so einen süßen Eintropf. 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 Zeussianische Art. Und das ist jetzt wichtig eigentlich, ja. Aber ich kann euch nicht mitnehmen. Leider. Das darf sich jetzt nicht bewegen. Kann ich mir das Handy hier hinbringen. Doch irgendwie funktioniert das Ganze wohl. Ja, irgendwann wird irgendwie alles funktionieren. Glaubt mir, mit dem Yann cat durch die Wand. hannibal mäßig geht schon irgendwann also wir lassen langsam auf kleinen feuer zwischen diesen ganzen 1 italienischen gemüse die echten italienischen eier langsam mit wein und türfischöl aus italien langsam nicht schnell braucht langsam hast du so genau und jetzt so machst du denn hier ich finde ein bisschen salz fällt ein bisschen salz könnte der bursche und jetzt nicht mehr viel nicht mehr viel üblich außer der stärksten waffe eines mannes neben seinem johannisch die geduld die geduld jetzt geduldig warten auf den moment wo unser tumpfisch reinkommt wir haben nämlich zwei dosen tumpfisch vergessen zwei dosen tumpfisch hinlegen zu machen ganz kurz ganz kurz in sich gehen überlegen was könnte man anders machen was nicht was könnte man trinken was nicht wie könnte man den weg der man geht eventuell besser gestalten oder nicht oder einfach chillen und die wessen eigentlich sind aber sind nicht auch das ist jetzt hier nicht auch so ist auch kick sportlich sektor kann man ja wie gestütze auf ich mag es nicht ein normales feier zu nehmen weißt du mag so denn hier und dann hier denn hier ich habe da ein hähnchen zu rupfen ein hähnchen zu rupfen gemacht genau so weit wie viel damit haben wir digga wie viel das kann ich mir kaufen 10.600 16.000 ihr seid das digga für 16.000 je 3.000 bruder alle 3.000 diamante und dann kommt diese unterhaltung aus auf maximalen modus und gokus vater bestes investment ich schwöre ich muss machen macht 500.000 voll ich muss erst mal kurz gucken was ihr abgeht kurz guckt ob er hier ist ob er die wand schon gefunden hat ich bin gleich hier ich bin der kleinste von uns ich habe den account seit heute man wie heißt ich hier zeus aka zeus wie zeus griechischer zeus because it is him der echte mit einem top es wird zeit denn denn den turkischen zu tun jungs mission b plan plan andromeda zeus kommt zurück zur olymp langsam langsam jetzt entscheidet sich ob es napolitanisch wird oder nur eine nutze langsam tiktok sportlich wir sind alles baller wir hören nur basketbäne tiktok chill wir müssen es schaffen zur perfekten zeit zur perfekten feuchtigkeit stellen den maximalen g punkt zu erreichen freunde und jetzt glaube ich ist es uns ziemlich gut gewungen das turkisch mit dem restlichen feuchten teil gleich hart wird so dass ich da rein stopfen kann und die feuchtigkeit noch drin gespeichert wird wirst du schwein den gewissen da ist dann sieht das wunderschön aus also es ist einfach unglaublich unglaublich und jetzt genau diese stelle die die ich meinte hier eins werden lassen hier auch so wie mit diesen tomaten jetzt ein letztes mal zu machen und so ein bisschen bis ein bisschen bis ein bisschen bis ganz bisschen so oder nicht sofort nur weil sie beine so macht nicht sofort nehmen auch nicht so du bist kein hund du peter das hat er dann ganz gut der zweite nachhol was ich mein sohn bruder nein die muss selber vor dritten sterben brot musst du auch gentlemen so was das brot beruhig dich ich muss kochen noch nicht noch nicht noch nicht nachhol hat er noch nicht so auf den aus italien brau mit so weisers hier ist was man weißt du überhaupt dass ich da nur ist brauche wie viele nur ist dass du mir das finanziert hier wurde 16.400 okay ich meine beschwere mich nicht aber 50.000 wird trotzdem schneller weil ich meine selbst ja auch bei monta und so was macht ihr doch beschwert euch hier verstehst du problematisch ist gebrochen der stadt aber ich will mir einfach bei rot kaufen braucht mit diesem boot da ein song singen der stadt aber die blicken an an der siebken bock weiß ich mein so schätze ich bock doch dafür brauche ich ein boot während dem koche ich und auf bock werde ich auch so kochen nein mein fisch werde ich dann selber fangen und und tja ist mit mir dann ein däner wollen was ich gekocht habe werde ich einladen und werden meine musik zeigen während der und casino spielen genau und 33 prozent davon werde ich da verschenken der ende wir zuschauen also karten geschenk gutscheine als ich war gut du musst mich nicht wirklich werde ich kaufen und du wirst für mich arbeiten ich weiß ich kann für uns mehr verdienen das ist real talk der angelegenheit sonst würdest du nicht zu 12.000 hier bei sieben account bei mir zuschauen folge weg sind sonst weißt du nicht wann du scheiße über mich labern sonst wenn ich nächstes mal online bin schnell ja das ist der echte ja ist das höchst 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 höch Und ja, das war's Jungs. Ohne Öl ist das das meiste, was ich hier anrichten kann. Wow, 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 ist das heiß. So, und jetzt müssen wir das Ganze natürlich in eine andere Verpackung legen. Das ist quasi das erste Essen heute. Wurde gefastet, wow, ist das heiß. Sehr heiß, wenig Platz. So, wow, wow, wow. Aufwaschen, ob acht kleine Naschen trägt, ja. Ist zwar ein bisschen geklebt hier, aber, was wird es einen Sinn erzählen? Ist ein bisschen zu viel geworden, wie ich finde. Aber, es wird seinen Sinn erfüllen. Ja, dann wurde auf jeden Fall, wenn das gleich weg ist, sauber gefordert, Digga. So, voilà. Wow. Wow. Omelette sein Vaters Vaters Großvater. Junior, der Dritte. Mit Vegetables und Obst und Gemüse, man. Okay, Obst ist ja nicht Gemüse. Wow. Wow, schon geil, Alter. Wow, dieses Video und alles kommt filmst. Moment. Oh nein. Sorry, Küche ist komplett gefickt, Bro. Jetzt sagen wir gleich. Video wechseln hier. Schon Drip, Bro. Drip seinem Vater. Mit Thunfischöl gemacht. Schon harter Drip, Bro. Bowler Level Maximum. Digger, Digger, Digger. Warum mache ich kein Restaurant auf? Und jetzt? Wo soll ich das wegbrücken, Digger? Jetzt müssen wir das leider wegbrücken. Und da muss ich diese Mango probieren. Ich muss diese Mango probieren. Die meinten, dass die Sonne besondere, teurer Mango, ich habe dafür 10 Euro bezahlt. Ich weiß nicht warum. Lasst uns erstmal, weil das zu interessant ist und das zu heiß ist. Und ich das lieber ein bisschen kälter essen würde. Zuerst die Mango probieren. Hier drauf tue ich, weil ich ein Psychopath bin, gleich ein bisschen kalte Tomate rein. Ich mag sowas. Sorry. Wir putzen das. Und das Lustige ist, die riecht irgendwie so sonntags. Irgendwie so nach Duft. Der Drip ist jetzt sauber. Wir müssen einen sauberen Schnitt einleiten. Die sieht sehr fruchtig aus. Sehr, sehr fruchtig. Von Farbe her sieht das auch wie eine besondere Teufelsfrucht aus. Ich weiß nicht welche Kräfte sie uns verleihen wird, Freunde. Aber spendet weiter, falls ich vergiftet werde. Minimum 100.000 machen mich wieder zum normalen Menschen. Nicht. Okay. Jetzt haben wir das aufgemacht. Oh mein Gott. Wow. Oh. Wow. Also das hätte ich jetzt nicht erwarten. Also das hätte ich jetzt. Dass man einen Mango auslöffeln kann. Man kann diese Mango auslöffeln, Bro. Man kann die auslöffeln. Wie Kiwi. Weil sie so süß ist, Digga. Wow. Digga. Was ist ein Mango, Bro. Nach einem Lahluli schmeckt so ein Mango wie Bounty hoch 10. Digga. Wow, wow. Ich sag dir ehrlich. Zünder voll Lahluli und kauf dir so einen, ich weiß nicht wie dieser Mango heißt, Bro. Und wer ihn gemacht hat. Aber das ist wie, das ist Eis, Junge. Ich habe noch nie eine Süßigkeit gegessen, die besser schmeckt als das. Warum jetzt fünf von zwölf? Weil ich mit mir selber konkurriere. Und es gibt gleichzeitig circa 500 Accounts, die live sind. Mit dem, womit ich gerade live bin. Und wir konkurrieren mit uns selber. Die wissen nicht genau, wo wir sind. Aber hier bin ich wirklich, ja. Zeus aka Zeus. Und es ein Mango mit euch. Weil es gut ist, eine Mango zu essen, Bro. Ein guter Mango. So eine gute habe ich seit noch nie, glaube ich. Noch nie, ja. Wow. Unglaublich, Bro. Also, bei der Mango hätte ich das nicht gedacht. Dass die mich so auf und so knallt, Bro. Man will gar nicht, dass es endet. Ja. Ja. Das ist Mangos Vater. Mango Gekio Gutan. Der gewaltig krass. So. Jetzt gucken wir, was das Ei kann. Guten Appetit, Freunde. Falls ihr Essen habt. Falls nicht, tut mir leid. Wow. Schmeckt wie so eine Pizza. Schmeckt wie so eine Thunfischpizza, die halal ist. Geil. Balea. Hände sind zu nass. Handtuch regelt alles, Bro. Handtuch. Handtuch regelt alles, Junge. Das ist so mein gesünderer Ketchup in meinen Augen. Ich nehme immer so ein bisschen, ein bisschen von dem, so. Ein bisschen. Ist halt Tomate einfach. Gute Tomate. Mit Tomatenfleisch. Ich mag Tomatenfleisch. Ich mag Tomatenfleisch. Wow. Italienisches Tomatenfleisch. Wow. Ist gottlos, Bro. Davon kann man ruhig mehr machen. Und dann, Lifehacks der Vater. 600.000 Full. Sehr stark. Macht eine Million von Kollegen. Hier sind Oliven zum Beispiel. Das Öl von denen. Bisschen so drauf. Während er sie im Neupolitanischen Trepp kriegt. Und dann gibt es hier so Pfeffer. Diese. Oder Chilis. Chilischorten. Die tut ihr hier auch rein. Auch süß. Und jetzt, Bro. Jetzt so einer. Nach einem Lahluli, den ich hatte, Bro. Du weißt nicht, was gleich passieren wird. So einer. Wow. Wow, wow, wow. Da ist zu viel Drip, Bro. Digga. Und das Schlimmste ist, ich bin keine Frau. Und das Geschirr ist schon aufgeräumt. Weißt du, ich meine, aber wieso ist hier trotzdem ein Haar drin? Wie ist das möglich nachholen? Es war einfach in der Pfanne. Weil diese Frau wahrscheinlich die Pfanne, hat die Tende einfach hoch. Kleine. Kleine. Die kommen ja immer irgendwo in die Quere. Diese kleinen Schlimmste. Die Tawis, Alter. Ja, ich habe eine Kahwa hier nachholen. Hat Dings nicht gewaschen. Diesen Dings. Ich dachte, es ist gewaschen, wenn es da drin liegt. Liegt hier drin, Alter. Ich rede darüber, dass wir keine Frauen zum Kochen brauchen. Genau deswegen. Genau deswegen macht eine Wille auch voll, Digga. 21.000 Diamante sind sehr gut, Digga. 21.000 Diamante sind sehr gut, Kollegen. Dankeschön. Das ist süß von euch. Sehr, sehr süß. I thank you, man. Ich habe bis jetzt, wie gesagt, gefastet. Meine Community auf Telegram sieht gerne, was ich esse. Aber es ist zu anstrengend, so das extra aufzunehmen, hochzuladen. Schaut so zu, Jungs. Das ist auch lustig, finde ich. Und ich kann noch ein bisschen Eures verdienen. Auch egal, welchen Kanal. Jackson, es ist nicht fake. Es ist echt. Der Account ist einen Tag alt von heute. Andere sind so, ja. Wir sind viele. Aber heute ist himself hier mit einem Oliver. Man, Jackson. Jetzt schreiben die Zeus auf die Eins. Ich will das T-Shirt. Bruder, sonst sind sie serious. Sonst sind sie viel zu serious, man. Boah, hier sind vier Eier. Zwei Dosen Thumpfisch und viel Gemüse. So muss das sein, Jungs, Alter. Aber nach 20-stügiger Fastensession. Bro. Der Bartiere, du verdammte Baller. Er ballt einfach schneller als alles, was es gibt, man. ich küsse ein herz könnt ihr basket balls in die beschissene runde schweißen braucht was hat der bruder getan mann mann der batterie da wollte man nur essen was bist du für ein verdammter ehrenweh ich werde damit 30 loris kaufen und besten content und kunst und musik und videos die es je gab und kochkünste ich werde selber jagen was ich koche verdammt und meine messer schlitzen womit ich sie nehme dankeschön ihr werdet nicht enttäuscht sein mann ihr werdet nicht enttäuscht sein er investiert nicht in den falschen mann lieber lahlul ist als prostitut gschliger glaubt mir digga es wird alles gut jungs papa ist back man it's not back man these people just are wack man ich wollte den typen danke sagen für den löwen nachhol dafür von dort dafür bezahlt oder dieser account sechs minuten alt brau das sind wahre wesen da draußen die gefühle haben brau du willst das t-shirt ich verstehe das mann mann jesse ich bringe diese t-shirts aus okay jesse deswegen trage ich sie ja nicht bro ich gehe mit niemanden live ich bin am essen und kochen und habe meinen plan und werde jede fünf sekunden gesperrt wenn ich ein wort nicht so sage bitte mein vater wird mit mir live ich nicht ich danke ihnen dass sie sorgt ich liebe euch man was geht ihr abbruch der wo ich küsste eine seele mann was machst du brau der wo junge ich küsste eine seele leute macht bloß von diesen verdammten ehrenmann weg macht bloß von diesen ehrenmann weg brau ich kann das nicht mehr der wo schlitz irgendwer bruder dieser handtuch auf boden jetzt auf mir aber leid trotzdem bin ich nicht hässlicher als die wie geht das bro depo ich küsste eine seele mann egal was ich für dich tun kann was ich im internet pushen kann du weißt dein bruder ist internet und jeder dort form depo wenn du nicht mehr okay jetzt muss ich diesen omelette echt zu Ende essen ich gelade ihn schwitzen bro wer verdient während der mir omelette ist wie viel 87.000 diamante bro oder debor was hast du getan brau hör auf jungen 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 debor ich muss jetzt wo der alter no homo debor oh 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 do you like it wo der see bro es ist too heiß man oh 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 ooh canst du jen grüßen jen ich grüße dich man jen I greet you man debor ist farad geil bro wenn das farad ist dann kommt endlich was zurück wie viel geld hat er auf meinen nacken gemacht diese kleine ich darf das nicht sagen wurde alle accounts entdeckt wegen also zahlt er das vielleicht dann zurück in jedem ding sehr gut brauche ich freue mich doch das geld sehr gut man ich wusste ich darf kein geld heute zum essen ausgeben wenn ich selber koche werde ich mehr verdient krank brauche kranke dritter egal wie ich an das geld kam selbst durch raub heftiger ich habe nur drei eier gekocht soll ich jeden tag leben man ich liebe euch zu krass einfach platz 13 posten obdachlosen platz 1 jungs posten obdachlosen 1 noch 1 boah diese eier waren Drip bro geisteskranker Drip bruder wow das geilere ist ich frage mich die ganze zeit wie viel sind 87000 diamante wie viel euro ist das kann mir das jemand ausrechnen damit ich mich freue bro bitte wie viel euro ist das der button raum er sieht mir nicht aus wie wieder prä egal wer das ist ich danke ihnen mann alter sagt deine mutter danke dass sie dich gemacht hat bro ich weiß nicht ob sie nur fitter machen und sagen du bist farid aber in beiden fällen sehr süß brauche sehr süß in beiden fällen aber hör auf damit gibt nicht zu viel geld aus wala gibt nicht zu viel geld aus junge beruhig dich jetzt lass dich mein ei essen mann 1200 euro verfickte scheiße bro reicht jungs 3200 sehr geil und 93.000 diamante bruder starker Drip wirklich alle gekocht und gegessen reichweite weiter gepusht für den künstler account man hört mann mit einer herz zerbrechenden geschichte über einen obdachlosen der alles verlor nun in den charts 25 nehmen jetzt scheren war dann wieder dieses song verlor wegen der sexx nie wieder max und jetzt wieder auf top 11 10 mann mann der mir ist ein magischer song hört euch diesen song kann man sehr richtiger grip pro und gesund essen das ist auch sehr sehr wichtig mann gesund essen und bald kaufe ich ein schiff auf diesem schiff mache ich youtube studio und musikstudio mann mache meinen bootschein so durch schiff mit schiff so mit boot mit stream war ein fisch jagen das ist geil bro oh nein jetzt habe ich gemüse wegen euch fallen lassen oh nein es wäre schön wenn ich aufwachen muss und mir so denken muss ich muss jagen schatz wohin gehst du jagen warum wollte ich zum beispiel keinen schatz mehr ich finde den selber weißt du ich mal ich mache das auch selber ich kaufe selber und weiß was in mich dann reinkommt am besten und dann sieht man auch normal aus ja mann selbst auf der lüte das letzte unglaublich dass ein mann so kochen und auflangen kann und ist es so sauber und danach so aussieht diga und das schönste an dem ganzen ist noch diese magische mann wort es ist unglaublich also das was ihr heute abgeht ist in meinen augen und ich brauche irgendeinen weg die zu essen der bruder du verschwendest zu viel fläche bist du echt user 1809 1221 ich bin fähig ich bin ganz klar nicht da wie machen wir das jetzt wir machen wir das ganze am besten ich habe mich ganz das essen nur auf das gefreut bitte mach jetzt keine faxen okay mit dem mischen als erstes fertig werden man wow 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 das ist unglaublich brau es ist unglaublich bei diesem wetter gibt es nichts besseres man oh nein jetzt zwischen den zähnen glauben wir diese mango hat irgendwas und der süßungsanteil von ihr ist so wie sirup in der mango obwohl das nur eine frucht ist heute 100 prozent live auf kick aber ich muss nach lulis holen mit jetzt wohl genug geld auch da voll genug aber jetzt erst recht nein nein das war nicht zu krass büßte herz mein bau wir haben nicht mal angefangen wir haben nicht mal angefangen man ich wollte euch nur sagen ja und die uhrzeit als mein erstes essen ist ich habe ich bin seit 8 uhr wach beziehungsweise gar nicht schlafen gegangen und jetzt habe ich zum ersten mal gegessen und bis jetzt gefastet und wollte mit euch mein festmahl gönnen während der mich der halbe nation einen noten sohn bezeichnet war es trotzdem schön mit euch dass das festmahl zu griffen weil sie ist ja dann die vielen noten sie haben da draußen existiert wow tik tok ich meine nutztiere in einem bauernhof tik tok sportlich das ist vernünftig essen sonst würde ich nicht so aussehen wie ich aussehe und du wahrscheinlich wie du weißt du kleines kleines fräulein prinzessor weißt du was ich meine manchmal muss man eine frucht so essen damit deine hand das hat wie damals sonst wirst du zu seinem kürzlichen scheiß weißt du prinzessin ja und liegst da wie ein seestern dein horizont muss sich erweitern nicht deine bandbreite auf beinen sorry man i'm sorry mama i never meant to hurt you tik tok sportlich hmm no ration i'm sorry mama i never meant to hurt you but i see you quiet that is wishing that abortion i'm sorry mama i'm sorry mama i'm sorry mama i never meant to hurt you i never meant to hurt you i never meant to hurt you aber it's not bad to have enemies what schreib ja kelp bildzeitungsredakteur hmm 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 wow here is something hmm 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 he is too sick he is too sick bro he is too sick 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 but in the active state track you 딱 saying only you are like oder ist nicht alles klar dann liegt also ein sehr stadt machst dann wird fünf minuten was dann brauche ich bin durch was dann was dann wofür gab es dieses zimmer zum beispiel traurig ich habe nichts besseres zu tun und kann mir jetzt nicht so ist davon kaufen natürlich genauso ein so einer bin ich auch deswegen versteht er mich halt nicht verstehe ich glaube nicht aber ihr werdet mir zuschauen das ist das wichtigere sandolin mein man denkt man die letzte liebe auf dich mein brother wirklich exklusiv aber wir haben ein bisschen mehr hier sind oliven mit kern aber so richtig fette oliven mit viel fleisch wow für omega 3 öle und so sind oliven echt wichtig muss man sagen muss man bauen mhm heftiger drip man müsst ihr auch essen nimmst es gibt eine wichtige sache noch überhaupt gar nichts zum trinken aber der g hat alles geplant erkennt bestimmt mein produkt zur selbstverteidigung den kubaton den reiter der apokalypse den kopflosen reiter himself hier genau ich finde am schach spiel diesen reiter interessanter als ein könig und eine königin die könig dritten muss weil er könig ist ich küsste ein herz man für das universe und deswegen der kirk ist ja das fährt man deswegen mache ich das feuer ist es unser produkt gönnt es euch man zur selbstverteidigung von fahrer fahrer und mock sehr schwieriger trip polizisten nehmen das nicht weg ich küsste ein universe man gleich eine million likes voll und wir gucken ob wir die kokos los dritten können geht sogar ziemlich präzise geil aber ich habe keinen trinkrat nimmer oh no das ist ja der goldene bro es gibt ja nur einen goldenen ich bin auch ein opfer oh nein oh nein das wird jetzt ein bisschen laut das wird jetzt ein bisschen laut man jetzt muss ein dummer eine kokosnuss auf alles wird gut wir verdienen geld mit kokosnuss aufkriegen.com ihr professionelle kokosnuss aufwerber ich will wissen ob das an der kokosnuss aufkriegt siehst du jetzt schild doch kurz digga ich mach doch nichts illegales ich mach eine kokosnuss von 2000 aus 28 menschen auch ist das jetzt nicht erlaubt oder wie hört auf zu spenden ich komme nicht dahinter die kokosnuss ist echt hart digga ich bin halt oh scheiße ich habe ich fick diese rbmb hier wow 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 aha das ist nicht gut digga das habe ich ja ganz vergessen das gehört ja nicht mir Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Mann. Es war nicht ich, Mann. Es war nicht ich. Mademoiselle, es war nicht ich, Mann. Einige Thiefs waren hier, Mann. So, machen wir weiter so. Nee, Bro. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab nicht Bock die kaputt zu machen, Alter. Ich bin jetzt richtig aggressiv, Jungs. Ich bin jetzt richtig aggressiv geworden. Ich muss das mit der Kokosnuss klein, Jungs. Ich muss trinken. Ich geh raus. Ich kleid das unter Männern. Ich danke an alle, Digga, für dieses Cash. Ich danke an alle. Selbst wenn es Fahrids Vater war. Danke, Mann. Ich wollte Kokosnuss mit dir trinken. Ich liebe euch, Mann. Mann. Ich ruf niemanden an, Mann. Ihr könnt alle jetzt mal in den Sack rutschen und zuschauen. Wir haben alle jetzt mal in den Sack.